Ja, liebe YouTube-Freunde, Sonntagmorgen. Der Bauerhausi geht in die Kirche. Und die Anne auch. Unsere Nachbarn haben heute Taufe. Ihre Rebecca wird getauft. Darum gehen wir auch in die Kirche. Die Kirche, Kirchberg. Wir müssen ein bisschen beeilen. Es ist schon. Da gibt es noch Aperon in der Kirche. Die Kirche, ein Aperon ist vorbei. Jetzt sind wir gerade neben der Kirche eingeladen. Zu meinen Nachbarn, die Taufe, ihre Rebecca Feiern, gibt es auch ein Aperon. Da gibt es noch ein Glas Weisswein mit dem Bauerhausi. Da gibt es noch ein Glas. Da gibt es noch sehr viel Rainer in den Kirche. Da gibt es noch ein Glas-Film-Perkonferenz. Heute gibt es noch ein www.kent.de Kamm. Vielen Dank.